Wir machen die God of War Zusammenfassung, die geben wir uns so richtig. Das war eklig, aber Mimir war einfach super cool. Ich glaube, die Kamera wird jetzt ausgemacht. Ja, er hat den umgebracht. Deshalb ist Freya auch ziemlich stinkig auf uns. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Und ihr wisst ungefähr, was passiert ist. Kratos hat quasi eine Frau gehabt in dem ersten Playstation 4 God of War Teil. Und die war eine Riesin. Atreus ist nicht sein leiblicher Sohn, aber er hat ihn halt großgezogen. Und er ist quasi Loki. Und ganz am Ende auf dem Berg hat man halt gesehen, dass Loki wahrscheinlich Kratos am Ende tötet. Aber jetzt bin ich gespannt, wie das hier aussieht und weitergeht. Wenn das nochmal Fragen gibt. Freya wollte, dass ihr Sohn Baldur sie tötet. Genau, Baldur, den haben wir umgebracht. Aber ich glaube, Freya ist jetzt ziemlich stinkig. Ich glaube, die mag uns nicht mehr seitdem. Wir starten ein neues Spiel, Leute. Ausgeglichen das Erlebnis. Ich bitte um Gnade. Story-Modus. Oder ich will keine Gnade. Oder God of War. Es ist schon blutig hinterlegt. Wir spielen das hier gemütlich. Ausgeglichen. Abenteuer suchen. Gleichermaßen auf Story im Kampf konzentrieren. Richtet sich ein Spiel ein. Ein Story-based Gameplay. Okay, wir machen ausgeglichen. Wir machen auf normal. Das kriegen wir hin, oder? Grafisch sieht es sehr schick aus, muss ich sagen. Leute, wir haben Elden Ring gespielt. Beschwert euch nicht über den Schwierigkeitsmodus. Was? Skabel. Guter Abend. Grafisch sieht es unfassbar gut aus, Leute. Unfassbar gut. Entspannt spielen ist mega. Fände ich auch manchmal gut. Vor allem, wenn man schießen muss. Da bin ich mal nicht stark drin. Was man bei God of War hervorheben muss. Sie haben immer eine Kamerafahrt. Das schwenkt immer von Cinematic in Gameplay nahtlos über. So, und dann geht es besser. Sehr schön. Sehr schön. Wo hast du den Pokémon-Kalender her? Ich habe den bei Zavi bestellt. Aber google einfach mal Pokémon Holiday Kalender. Da sollte der zu finden sein auf der Amazon Co. Ah, da ist er drin. Er ist alt geworden. Hunger? Neue Pfeile. Gratis erklärt ihm nicht viel. Heim. Die reden immer nicht so viel. Keine Ahnung. Der Sturm wird stärker. Ich mache sie fertig. Ich hoffe, es passt vom Sound zu. Lass mich wissen, wenn was zu leise oder zu laut ist. Der ist groß geworden. Aber der Ekter wahrscheinlich auch. Der war ja so süß. Atreos war so süß im ersten Teil. Viele haben ihn gehasst und fanden ihn nervig. Ich mochte den so gern. Oh, die Axt. Stark. Die Axt hätte ich auch als Vorbestellerboni genommen, muss ich sagen. Muss ich sagen, wirklich. Hätte mir aufgefallen. Ich starte gleich wieder mit so einem Hirschen. Den töten sie auch im ersten Teil. Das ist so ganz am Anfang. Ach, da sind die Wölfe. Das sind unsere Schlittenwölfe. Der war eine Plage. Siehst du, Mario mochte ihn nicht. Da, da siehst du es. Werner mochte ihn auch. Ich lebe ja schon gut aus. Ich freue mich. Neue Assassin's Creed. Uh. Nee, Assassin's Creed wird doch zu Hexenjagd. Und das andere spielt in Japan. Und dann gibt es noch ein neues Assassin's Creed, was in... Soll ich? Weiß ich nicht mehr, wo spielt. Kratos ist ein sehr wortkarger Mensch. Ach Gott, Adres ist schon irgendwie gewachsen, oder? Sehr atmosphärisch. Hat er irgendwas gefunden? Oh. Oh. Das war sehr viel Zuneigung von Kratos. Er hat seine Hand auf seine Schulter gelegt. Oh, wie cool. Ich bin mir sicher, ich steuere das jetzt dann gleich. Das meine ich, dieses... Ja. Dieser nahtlose Übergang von Movie-Sequenz zu, äh... Zu Gameplay... Ist, äh, richtig nice einfach. Das ist God of War einmalig. Dafür hat sich der Director sehr eingesetzt. Der wollte das unbedingt haben. Richtig cool. Ich hoffe, es passt vom Ton, ja. Oh, die Hundis. Schlittenfahrt! Huch! Da müssen wir lang. Da ist der Fall, gell? Es gibt nur Krokel bei Pokémon, ja. Pokémon gibt's ab nächster Woche. Und jetzt sind wir wieder in der Movie-Sequenz. Wisst ihr, das ist so... Dieser Übergang. Richtig, richtig stark entstanden. Oh, oh. Da kommt Freya. Will sie Loki töten als Wache für Baldur? Huch! Sorry. Da kam L1 und nicht nur so. Schönes, schöne Szene. Mit L kannst du lenke Objekte aufher. Sie gibt nie auf. Bleib Wasser. Ich hoffe, ich drücke gerade den richtigen Button. Ich drücke natürlich wieder den falschen Button. Ich drücke den falschen Button. Elb des Lebens verloren. Wir müssen von ihr weg! Ich versuch's! Vier Elb gedrückt. Jedes Mal wieder. Immer dasselbe. Die Bäume! Sie stürzen um! Nein! Oh nein! Action geladen. Ich hoffe, die Wölfe gehen nicht drauf. Sie kommt wieder her! Oh, 100 Punkt. Big Time Event. Big Time! L1 wieder, okay. Ich schon am High beim Abnippeln. Gerade ist es bei mir quasi schon in der Anfangsszene gestorben. Was? Ob man in der Anfangsszene sterben kann? Wir werden das herausfinden. Bad Game Belay incoming, Leute. Meier, ich wünsche gute Nacht. Schlaf gut. Oh nein, was kommt jetzt? Freya, nein! Oh Gott, Freya! Aaaaah! Gaaaaaah! Gaaaaah! Ich hasse Button Smashing, da bin ich auch ganz schlecht drin. Schwing mich nicht dazu! Aaaaah! 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 Gaaah! 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 Der Stein ist die stärkste, was wir gar nicht spielen. Nein, 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 lauf, kleine Dorfos, lauft! Was für ein Start. Was für ein Start. Biaro auftaucht, hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, gehen wir nach Hause. Oh, die zwei Wölfe. Einfach knuddelig. Bin begeistert. Oh, jetzt kommt das Opening. Ist das süß gemacht. Das ist ein Start, oder? Ein Spiel. Aber seine Wunde in der Brust war schon wieder weg. Ich bin ein bisschen im Lörg. Oh, ganz viel Spaß auch dir, Letztit. Schön, dass du reingeguckt hast. Viel Spaß im Lörg. Aber das Schlimmste steht uns noch bei vor. Oh, ich, ich, ich. Wir müssen stark sein. Wen es interessiert, ich glaube, es gab die God of War-Doku auf Netflix. Oder auf YouTube, wo die quasi Teil 1 erklären. Wie Teil 1 in der Entwicklung gelaufen ist und was denen ihre Ziele waren. Wie das in der Entwicklung war, wo sie Einschnitte machen mussten und so weiter. Der Cory ist ja der Director und der hat sich für dieses Movie-Sequenz-mäßige eingesetzt eben. Cory war dafür, dass das Spiel so Einfluss ist. Und das hast du nur bei God of War. Und ich finde es schön zu sehen, dass der zweite Teil jetzt auch wieder so ist, dass du quasi von Gameplay in Movie-Sequenz wieder in Gameplay so nahtlos übergehst, dass es dir fast schon nicht auffällt. Das ist richtig stark. Nee, es geht um, es geht wirklich um den Teil 1, den Vorgänger von dem hier quasi. Um den geht es. Richtig spannend. Kann ich sehr empfehlen. Diese Dokumentation war sehr, sehr gut. Dino-Liebe. Das war viel Dino-Liebe, ja. Dino-Liebe für euch alle. Ist immer schwierig, weil ich glaube, Cory war nicht der Director von God of War 1 bis 3, sondern von 4 bis und jetzt 5. Ist schwierig, schwierig. Dann ist das Teil 4, ja, von Teil 4. Die Dokumentation zu Teil 4 kann ich sehen. Und jetzt sind wir wieder im Gameplay. Also, einfach dieses Nahtlose. Das ist einfach unfassbar cool umgesetzt. Also, das feier ich sehr. Das ist schon richtig. Also, grafisch sieht es tippitoppi aus. Wie auch Horizon. Horizon sah ja auch richtig, richtig stark aus. Oh, da ist der Doggo. Richtig schön. Schade ich den Doggo an. Nice, oder? Richtig nice. Mit dem Fell und allem. Haben wir hier schon irgendein Collectible? Können wir da durch? Ein Doggo. Ganz viel Doggo-Liebe. Uiuiuiui. So wie Louis das Spiel feiert, müssen wir uns die Frage stellen, ob Dino für die Piawung auch bezahlt wird. Nein. Oh, Fenrir. Oh, ich bin gespannt. Also, Playstation, falls ihr zuhört und mein Content gut findet, ich würde mich selber an eine Kooperation freuen, ne? Ist Fenrir da drin? In der Tonne? Und wir sind wieder in der Movie-Sequenz. Das ist einfach... Oh, der ist verletzt. Oh. Oh. Fenrir. Bald geht ja sie so rum. Oh, Fenrir. Es kommt bestimmt die Story, wie er so groß wird. Weil Atreus irgendein Magic einsetzt und dann wird das so ein super-badass-Wolf. Oh, ist der süß. Mein Herz. Ich würde ihn am liebsten knuddeln. Atreus. Es ist bald so weit. Du musst dich bereit machen. Dass er stirbt? Wofür? Er frisst noch. Er will leben. Er stirbt. Oh nein. Dead of the Year-Word-Kratus. Dankeschön. Oh. Er ist ein guter Junge. Er ist ein guter Junge. Wirklich tapfer. Oh. Oh. Wenn der Hund jetzt am Anfang stirbt, muss ich weinen. Leute, das geht gar nicht. Hörst du? Ah, der wird noch... Ja, mach doch alle fertig. Kannst du jetzt loslassen. Oh. Du musst loslassen. Ist er jetzt gestorben? Nein, okay. Darf nicht weinen, ich habe Schminke im Gesicht. Wenn er jetzt stirbt, ist er beendet für heute. Ja. Oh, das geht mir nah. Und das ganz furchtbar mit Tieren. Was ist Fenrir? Fenrir muss zurückkommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Adrian, völlig gefühls kalt. Er ist tot, seine Augen ist weiß. Oh nein. Hey, Andreas hat echt kein Glück. Im ersten Teil stirbt die Mom. Im zweiten Teil stirbt sein Doggo. Das ist nicht okay. Das kommt auf TV-Filie. Danke für den Vorgang. Oh nein. Und Duschkopf TV, herzlich willkommen. Ich bin die Louis. Wir spielen hier God of War. Wir haben gerade erst angefangen. Und Fenrir ist gestorben. Geht gar nicht. Wo ist die Phönix-Feder? Ja, die brauchen wir. Wir wappnen uns nicht. Wir wappnen uns für einen Kampf, für den wir nicht bereit sind. Los jetzt. Die Zeit läuft uns davon. Es heißt, auf Fimbulwinter folgt Ragnarök. Der Krieg kommt. Was auch immer Loki tun sollte, er sollte es jetzt... Armer Loki. Ich sollte mich nicht im Wald verstecken. Ich sollte draußen sein. Oh je. Rausfinden, wer ich bin. Wer Loki ist. Oh, er ist in der Teenager-Phase. Oh oh. Ich will mit niemandem kämpfen. Ich will nur antworten. Och, Andreas. Und wenn diese Antworten zum Krieg mit Asgard führen. Vielleicht wollte Mutter das. Wir wissen nicht, was Mutter wollte. Und das werden wir wohl nie. Erst stirbt der Hund. Jetzt gibt es ein Family Beef. Ich glaube, wir geben einen an. Wie geht es euch? Burner. Und Fenri ist gestorben. Komm, Schade. Mir ging es gut. Und dann ist Fenri gestorben. Jetzt bin ich irgendwie leicht zählt. Ich bin Fenri allein, bevor ich ihn begrabe. Oh, jetzt begraben wir ihn. Gott ist Schabernachs. Wer ist Gottes Schabernachs? Wer ist Gottes Schabernachs? Meine Katze ist Gottes Schabernachs. Also traurig wäre er, wenn der Vater noch sterben sehen würde. Und so eine Eingestorbe hätte. Ja, ich habe Angst, dass er stirbt am Ende, Gratoss. Das war auf dieser Tafel zu sehen. Deshalb bin ich skeptisch. Oh. Alles gut, Stoschkopf. Alles gut. Da ist Mimir. Geil. Geil, der liest sein Buch mit dem Kochlöffel. Dieses mürrische Gesicht erkennt man überall. Darf ich fragen, was genau passiert ist? Beef. Der Wolf ist tot. Oh nein. Nicht Fenrir. Wie kommt der Junge zurecht? Nicht gut. Er will ihn begraben. Na, schau. Gott des Schabernachs ist Logi echt? Nee, das wusste ich nicht. Meine Katze ist Gott des Schabernachs, weil die immer Unsinn macht. Deshalb ist sie für mich der Schabernach. Also, wir wollen Fenrir begraben und Gratoss ist dagegen. Der will trainieren. Der beste Pokémon-Trainer aller Zeiten. Nein, er will trainieren, nämlich Gratoss. Und er bereit sind, in den Krieg gegen alle anderen zu kämpfen. Ach, Gratoss. Oh, oh. Ist das seine Frau? Eine Illusion von seiner Frau? Oder ist das Freya? Einfach so eine Random Hunt. Wie gruselig ist das denn? Stell dir das mal vor, du schläfst und dann ist es so eine Random Hunt. Auf einmal da. Gratoss will der Allerbeste sein. Gratoss? Hey. Oh. Wie auch immer er sie rumgekriegt hat. Ob es seine mürdische Art war oder... Ich weiß es nicht. Oh. Und schwupps sind wir wieder im Spiel. Wie gesagt, dieser flüssige Übergang. Bist du bereit? Bereit für was? Das ist deine Jagd. Ich folge dir. Das ist seine Frau. Also die verstorbene Frau. Die Faye, oder? Faye war doch die Mutter von Atreus. Oder? Bin ich jetzt dumm. Sie steht auf die Grünze. Wir jagen einen Jäger. Ein Wolf. Jäger töten. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Deine Worte sind fehlgeleitet. Oh. Nehre dich langsam. Du bist schon gut kleiner. Oh. Ist da wo? Vielen lieben Dank für den Raid. Nein, nein, nein. Nicht. Warte kurz. Na los. Die reden jetzt bestimmt gleich. Okwie? 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 Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hallo. Schaut auch gerne beim lieben Stavo vorbei. Bei euch gab es auch God of War. Geil, oder? Ich bin begeistert von diesem Spiel. Ich warte kurz noch, bis sie aufgehört hat zu reden. So. Oder auch nicht. Wir sind noch ganz am Anfang, Stavo. Wir sind noch ganz am Anfang. Statt uns zu verstecken und nichts zu tun. Ich lass sie kurz ausreden und dann begrüße ich dich nochmal ganz, ganz lieb. Ok. Ich glaube, sie hat auch kurz ausgeredet. Wir gehen kurz zu dem toten Hirsch. Weil ich hoffe, sie redet dann in der Zeit nicht. Stavo, vielen lieben Dank für den Raid. Schön, dass du reinschaust. Wie gefällt dir God of War? Wie weit bist du gekommen? Wie viele Stunden hast du schon gespielt? Du siehst, ich bin frisch am Anfang. Der Hund ist gestorben. Ich musste meine Tränen echt zurückhalten. Das war viel zu emotional. Aber grafisch, eine Augenweide dieses Game. Ich feiere es sehr. Deshalb heute auch im Kratos-Look. Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen. An all die neuen Raiders sage ich doch, hallo, herzlich willkommen. Ich bin die Louis. Bei mir gibt es auf dem Kanal eigentlich ganz viel Nintendo-Content eher. Aber gelegentlich halt auch mal was auf der Playstation, wenn ein cooles Game rauskommt. Und ich glaube, das Coolste überhaupt ist ja wohl God of War dieses Jahr. Aber ich hatte diese Collector's Edition vorbestellt. Wir hatten vorhin Unboxing im Stream. Da war der Hammer. Leute. Er ist riesig. Schau mal, wie groß der ist. Der ist größer als mein Kopf. Okay. Das passt doch, oder? Das ist der perfekte Filter für diesen Hammer. Auch wenn es Pikachu sagt. Aber, ey, richtig geil. Richtig, richtig nice. Ich bin begeistert. Ich liebe diesen Hammer. Der wird jetzt neben meinem Bett liegen. Und wenn mein Einbrecher kommt, vermöbel ich ihn mit dem Hammer. Ich habe ungefähr drei Stunden gedattelt. Oh, wie gefällt es dir? Wie gefällt es dir? Das ist sehr gut. Oh, sehr nice. Sehr schönes Korset. Dankeschön. Ich habe ein bisschen Gratoss-Feeling versucht zu machen. Ich kann ein bisschen draufstehen. Außer, dass es sich ein bisschen verschockt, wenn man so steht. Aber ich habe versucht, so ein bisschen Schulterplatte, so Gratoss-mäßig. Und natürlich Schminke. Wenn man Thor's Hammer hat, muss man auch Blitze haben. Mario, danke schön. Danke schön. Wir gehen mal weiter. Ich hole mir was zu trinken. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Und das Erste, was ich höre, ist, der ist größer als mein Kopf. Der Hammer ist größer als mein Kopf. True Story. Dankeschön. Ist das Forky? Forky? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sehr brav. Ghost Machine, geil. Du bist Hammer. Der Hammer, wie er sich bewegt mit dem Outfit. Hammer. Einzigartig, unglaublich, Hammer. Du bist der Hammer. Also, das kalte Cadela. Ogwi, wird es ausgesprochen. Forky wäre aber auch cool gewesen. Hast du Toy Story geguckt? Ogwi, vielen Dank für den Follow. Bei Toy Story gibt es den kleinen Forky. Der ist super süß. Das wäre auch ein cooler Name. Sie kann mit dem Hammer kontrolliert. Oh nein. Ich glaube nicht. Ich würde den Hammer unkontrolliert lenken und, äh... Doggo. Oh nein. Jetzt sind wir wieder in der Movie-Sequenz. Das mache ich. Das ist einfach gut. Hallo Slyper. Bin auch schon wieder weg. Mach's gut. Schönen guten Abend. Schön, dass du reingeschaut hast. Die Zeit läuft uns davon, Liebster. Seht ihr das in die Hände? Diese Handabdrücke waren im ersten... Im ersten Teil auch immer. Bruder! Bruder! Stell dir vor, er würde Mimi einfach jetzt töten, weil... Weil er Albträume hat. Der Arme, oh Gott. Grafischer Unterschied zum Vergleich vorgegeben ist heftig. Es ist richtig schön. Es ist richtig, richtig schön. Ich hoffe, es kommt im Stream genauso schön rüber. Es hat 4K, soweit ich das verstanden habe sogar. Das kann man leider nicht streamen. Du bist Atreus. Deshalb habe ich gerufen. Er ist weggegangen, um den Wolf zu begraben. Heilige Sauron. Oh nein. Er kann nicht weit sein. Okay, Atreus will den Wolf begraben und wir müssen ihn jetzt finden. Oh Gott, ist es schon... Ist es dunkel? Ist es irgendwie dunkel? Okay, Hodogo ist weg. Wimblewinter, Atreus folgen. Neues Wissen, wie mir. Okay. Kiste. Da ist bestimmt auch eine... Bestimmt auch eine... Wenn ich halt die Steuerung noch wüsste. Da gab es kein Tutorial dazu, ja? Da war erst mal... Mal sehen. Spuren, die zum gefrorenen Fluss führen. Höchstwahrscheinlich hat er ihn dort begraben. Ist Mimi hier? Ist Mimi hinten drin? Wieder? Ja, an meinem Po. Stell dir vor, du hängst einfach hinten so ein Grados dran und bouncest immer so gegen seinen Po. Das Feuer geht bald aus. Wo könnte er danach hingegangen sein? Oh nein, ist er hier rein? Okay, da ist er rein. Schwerer Angriff mit R2. Grados Sherlock Holmes der Götter. Definitiv. 4K mit 30 Frames PS, ja. Funfact, man kann nicht mehr als 30 Frames per Second streamen auf Twitch, soweit ich weiß. Versuch mir etwas zu sagen. Soll das etwa heißen, du sprichst wieder mit Geistern, Bruder? Nein. Aber es ist mehr als bloße Erinnerung. L gedrückt halten. Plus drücken sie L. Ja. Wir sprinten. Juhu. Und jetzt springen wir. Hahaha. Stark, oder? Doch, 60 kann man machen. Okay, nice. Aber 4K geht nicht. Also geht schon, wenn du... Ich glaube, wenn du Partner bist, dann geht das bestimmt. Oh Gott. Wenn ich das jetzt noch wüsste. Mit R1. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie man... Ah, Blocken tut man, glaube ich. Ja, genau. Ich erinnere mich. Bam. Oh, sie sind in Blätter... Sie haben sich in Blätter aufgelöst. Räuber von links. Huch. Huch. Falsches... Ah, ja. Ich muss mit der Steuerung erstmal wieder klarkommen. X oder ausweichen. Ich bin am überlegen, ob ich das noch umstelle. Noch ein Räuber. Noch ein Räuber? Warum noch ein? Wo kommt der Räuber her? Wo denn? Wo denn? Hinter dir. Huch. Boah, Doppel-Doppel-Attack. Dass X auf Ausweichen ist, ist ungewohnt. Das war bei Ellen Ring nämlich ein anderer Button. Und das war nämlich Kreis bei Ellen Ring. Glaube ich. Louis, das Buch ist perfekt. Wir lesen den Gegner aus Frau und dann schlafen sie. Ja. Ich weiß nicht mal, welchen Button ich hier gedrückt habe. Das ist dieses... Optionen? Ja. Okay. Übrigens habe ich mir die Pokémon-Edition. Uh. Nice. Most wanted. Stark. Ich hoffe, du freust dich. Oh. Ich bin voll auf... Der andere Button ist ausweichen. Das muss ich nicht... erklärt die Eindringlinge. Was ist hier passiert? Was ist hier passiert? Oh, oh. Blut. Und ein Bär. Bär? Toter Bär? Toter Bär? Du hast den Typen gerade halbiert. Wovon? Einem größeren Bären. Ich habe den halbiert? Ich war echt jetzt noch im Gedanken-Universum. Ja, bei wilden Tieren und plündernden Räubern hat er sich vielleicht versteckt. Nee, also ich schätze Atreus nicht mehr so ein, dass er sich groß versteckt oder irgendwas... Die Blutspur geht hier hoch, wir gehen den anderen Weg. Klassisches Gaming, oder? Also so macht man das doch, oder? Man läuft immer in die... Wir müssen drum herum. Ah, Ruhe. Wuhu. Da werden wir ihn nicht finden. Es ist mir egal, da ist eine Ruhe. Das sind Viecher. Schau mal, da ist so ein Käfer. Da war ein Käfer. Stirb, Käfer! Den anderen erwische ich nicht. Aber das war jetzt das... Wir haben eine Truhe gefunden. I did it. Rabbids wird pausiert. Ja, Rabbids wird erstmal passiert. Das war Fenrir. Ich bin gespannt. Und Ruhe. So, wir folgen den Blutspuren. Oder wir... Ich glaube, jetzt bin ich falsch gelaufen, oder? Ja, wir folgen in die Blutspur. Hier lang. Sorry. Oder war das jetzt ein... Wir müssen eh andersrum. Ja. Die führen tatsächlich zusammen. Und gehen dann hier hoch. Okay. Und das meint er mit andersrum. Okay. Die Spur geht jenseits der Kluft weiter. Räumst du den Weg frei? Bam. Weißt du, warum der Junge weggegangen sein könnte? Drüber gesprungen. Er wird gestritten. Er wirft mir vor mich, für Odin zu verstecken. Wie Kistus könnte ausschalten. Ey, aber vielleicht ist Luthrin. Ganz wichtig. Du hast preis einer Sippe getötet. Und er wird sich rechnen. Da ist doch was. Genau darum, was das Gold ist. Ich glaube nicht an Prophezeiungen. Okay. Ist der tot? Geht's ihm gut? Dem geht's nicht mehr gut. Wir haben extra vorher den ersten Teil nochmal aufgefrischt. Wegen Story und Steuerung. Und wegen der Platin-Trophy. Nice. Nice. Ich hatte damals, als ich's gespielt hab. Ich hab den ja... Ich hab damals ja noch nicht gestreamt. Da hab ich, ähm... Da hab ich halt früher God of War gespielt. Und da hab ich auch die Platin-Trophäe geholt. Die waren... Die war cool. God of War hat mir echt gut gefallen. Und die... Ich mag es, wenn Platin-Trophys machbar sind, weil dann spiel ich das auch echt gern. Immer wenn Atreus auf den Screech steht, lese ich automatisch Archeus. Ich bin von Natur aus skeptisch. Aber wir haben Dinge gesehen, die unerklärlich sind. Als klügster lebender Mensch muss ich also sagen, ich habe absolut keinen Schimmer. Oh nein, da sind Gegner. Finden wir das gut. Wir bewerfen den. Halte gedrückt, um Frust zu überziehen. Damit dein extra Angriff verstärkt wird. Okay. In dein Gesicht. Bam. Kann ich eigentlich anvisieren? Oh, ich kann anvisieren. Wow. Kratos EP. Bei mir gibt es kein Platin. Hat das... Hat das in der PC-Version gibt es doch auch Trophys, oder? Schau mal, wie schön ich hier zum Setting pass, mit meinem Winterscreen. In your face. Oh ja, in your face. Wie ist Atreus da hochgekommen? Und wieso kann ich das schon wieder nicht? Da ist noch jemand? Das war nicht fair. Bam. So, Kratos EP abgesagt. Wo ist jetzt die Schuhe? Platin ist ein Konsolenfahrer. Es gibt 100% Errungenschaft. Okay. Na, immerhin. Oh, oh. Das war gar nicht Atreus. Wer war das denn? Der ist tot. Oh, da lebt er noch. Wir dipsen ihn mal an. Er ist tot. Da geht die Ding weiter. Noch mehr Blut? Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich würde jetzt mal sagen, nichts Gutes. Nee, 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 nee. Bam. Um zu parieren. Ja, ich bin nicht gut im Parieren. Ich bin besser im Ausweichen. Ich bin besser im Ausweichen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich bin nicht gut im Parieren. Ich werde ja wer durch die Gegend rollen. Ist es ein Delay mit dem Sound? Aber Atreus kommt allein zurecht. Du hast ihn gut gelehrt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es gibt kein Delay mit dem Sound. Und sonst kann ich das noch einstellen. Das ist kein Problem. Aber eigentlich sollte das passen. Eigentlich. Also zumindest wie ich es höre, soll es zumindest passt das irgendwo. Und es ist so geil. Eine rote Truhe mit geschmiedertem Eisen. Sehr schön. Und Kiste. Ich werde alle Kisten zerstören, die wir... Oh, leben. Oder auch nicht. Das Geld. Kann ich schleichen? Da ist auch eine Kiste. Kiste. Ich feiere das. Kein Delay. Okay, dann passt's. Dann passt's. Bleibt mal Refreshes da, wo es kann sein, dass manchmal beim Raid sich das ein bisschen verzögert. Das ist mir auch schon mal passiert. Tatsächlich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass kein Delay ist. Na? Oh, da ist was lilanes. Da ist was lilanes. Da ist ja die Liga, die Trailer. Die sind doch nicht lange hier. Oh, da ist was lilanes. Es ist... Okay, never mind. Schau über das Handy. Ah, über das Handy ist immer ein bisschen Verzögerung. Finde ich. Tod von oben. Oh. Sprinten sie von einem Absprung? Sie. Ich finde das immer komisch, wenn sie sprinte. Wer überlegt sich bei einem Game, das mit sie zu übersetzen, anstelle von du? Als wäre das so formal irgendwie. Und dann R2, mein Tod von oben. Bam! Bam! Tot! Tod von oben! Okay, ich glaube, das war schon. Küsse! Das war nass. Ne, da war noch einer. Wo ist sie? Was ist denn, wenn ich jetzt noch mal einfriere und ihn jetzt noch mal hau? Ich habe ihn gekömmt. Tiefer hinein. Es kommen mehr. Ich habe ihn gekömmt. Das Spiel ist ab 18 tatsächlich. Ist es ab 18? Ist es ab 18? Ist es aber auch noch nicht so ab 18, oder? Ich glaube, nur wenn Nacktheit ist, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist es ab 18? Dann müssen wir das einstellen, glaube ich. Ich glaube, das müssen wir dann einstellen. Moment. Einstellungen, glaube ich. Stream. Inhalt für Erwachsene. Okay. Tio. Ja, so blutig, dass es ab 18 ist, finde ich jetzt auch nicht. Da fand ich, da fand ich auf jeden Fall das mit der Kamera viel gruseliger. Dieses Horrorgame. Ich habe es umgestellt. Gut, dass ich es gesagt habe. Destiny, danke. Gut, fürs Aufpassen. Fürs Anmerken. Aber es war ja noch nicht, dass ich es sage, das wäre jetzt. Man kann mit PC und Handy im selben Account, im selben Live sein, beide Optionen benutzen. Okay. Nicht, dass du jetzt arme Kinder durch sterbende Dokus traumatisiert hast. Oh Gott. Das wäre es jetzt. Was ich halt nicht verstehe, wenn ich sage, ich habe ein Spiel, was ab 18 ist, und God of War ist halt ab 18, das dann nicht automatisch, ich wähle dir das Spiel aus, indem ich streame. Das Switch dann sagt, okay, das ist ab 18er Content. Ähm. Nein, du überlässt es jedem Streamer selber, ob er das einstellt. Vielleicht vernascht der nachher noch Freya. Also in den älteren God of War konnte man ja mit den anderen. Da ist jemand dem Bären begegnet. Huch. Wo? Wo? Ich glaube weiter, ich muss weiter. Ich habe so tief überlegt. In den ersten God of Wars konntest du ja mit anderen Frauen schlafen. Da hat jemand eine Schleuder. Pass auf. Hup. 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 Wer hat hier eine Schleuder? Dem, dem bash ich. Hup. Das war der falsche Button. Das probieren wir gleich nochmal. Ey. Wie erwäsche ich ihn jetzt? Na komm mal her, du. Na komm ja, du. Putz. Ich habe noch nie gespielt. Ah, du hast die ersten nie gespielt, Mario. Äh, ja. In den ersten Teilen konntest du mit anderen schlafen. Und, äh, damit das natürlich auch, äh, anspruchsvoll ist, musstest du, glaube ich, eine Button-Quicktime-Event-Kombo hinlegen. Und je nachdem, wie gut du warst, war Gratus dementsprechend auch. Also, das war tatsächlich an deine Quicktime-Events angepasst. Genau, Quicktime-Events. Und du musstest, ich glaube, es gibt unterschiedliche, ich weiß es nicht mehr, oder habe ich das mal irgendwo falsch gehört? Ich glaube, je nachdem, wie gut du warst in diesen Quicktime-Events, sind in deiner Snoo-Snoo-Szene andere Sachen passiert. Ah. Ah. Ich hatte schon volles Leben. Das hätte ich jetzt lassen können. Butz. Butz. Cool. Ah, das ist tödlich. Das ist wie in, äh, in den anderen Spielen. Immer wenn irgendwo, da geht's hoch, ähm, Drohen sind. Ah. 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 Er ist runtergefallen. Ist er da jetzt gestorben? Uh. Muss ich da jetzt runter? Muss ich gegen die jetzt kämpfen? Oh. Ich weiß gerade nicht, ob ich gegen die kämpfen muss. Oh. Oh. Nicht, oder? Kratos-EP. Jo. Atreus, bist du hier? Ich hab meine, meine Axt runtergeschmissen. Vielleicht wollte Atreus hier Schutz suchen und ist weitergezogen, als er die Räuber sah. Und der Bär ist hinterhergerannt. Uchirama, denk ich dabei. Uchirama, die. Tja, oder der Bär war verletzt. Tod durch Snoo-Snoo, genau. um zu helfen. Du kennst ihn. Ich wollte jetzt halt ein irgendwie nettes Wort finden. Das sagt er auch so, ich mach Snoo-Snoo. Aber schön, dass alle die Future-Rama-Referenz verstanden haben. Tod durch Snoo-Snoo. Das ist es nämlich. Luis, Fernkämpfer. Ja. Ich werf die Gegner zu Tode mit meiner Axt. In den heutigen Teilen müsst ihr mit Frauen, Männern, Bäumen und allem Snoo-Snoo. Also habt ihr das weggelassen. Oh nein. Ich weiß es nicht. Könnte sein, ja. Oder sie machen halt, ich weiß es nicht. Ich glaube, in der griechischen Mythologie vielleicht noch mehr vertreten als in der nordischen. Kann das sein. Da war ein Bär. Nein, Höhlenbär. Boah, seit Eldenring sind Bären einfach kacke. Hau ihn. Schlag ihn. Er ist ein Bär. Oh nein. Das ist ein... Guck. Musst du das gerade... Guck, was? Was, was? Nochmal, nochmal. Ich muss... Mit roten Angriffen kann man nicht abwehren. Oh, oh. Jetzt wollte ich natürlich die roten Angriffe abwehren. Das gibt's doch hier nicht. Björn, was tust du hier? Ich bin nicht gut im Blocken. Jetzt aber. Oh. Ich bin nicht gut im Blocken. Wisst ihr was, das lasse ich. Oh, komm schon, du dummer Bär. Oh, ich glaube, der Bär tötet mich. Ich hasse Höhlenbären. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich weiß es. Oh Gott, okay. Brügelmodus aktiviert. Wir hauen den Bären. Hau ihn, Gratos. Ich verbrügel den armen Bären gerade. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich bin fokussiert. Höhlenbären sind puikui. Oh. Wir wagen noch mal kurz, bis er angreift. Ah, komm schon. Du mal Bär. Auf ihn. Er ist angeschlagen. Auf ihn. Angeschlagen. Angeschlagen. Er hat mich hier gerade weggenast. Angeschlagen. Armer Björn. Baby Björn. Jörn heißt übersetzt Bär. Oh mein Bär. Oh Gott, der bricht dem Bären das Genick. Und wir fragen uns jetzt noch mal, warum dieses Game auch 18 ist. Neuer Verbündete gefunden. Ein Bär. Wenn ich diesen Bären zähmen könnte, ich würde sagen, Atreus war der Bär? Ein Kuschelbär. Mein Nippo. Der Björn. Er hat einen Teddy getötet. Was ist passiert? Ein Glitsch in der Matrix. Was ist passiert? Du erinnerst dich nicht. Da müssen wir erst den vorherigen Teil spielen, damit die Quicktime-Events wieder sitzen. Ich bin schlecht in Quicktime-Events. In allen Spielen. Da gibt es nichts zum Verbessern. Ich bin schnell. Ruf Mr. Bean. Oh Gott, oh Gott. Loki kann ja verschiedene Gestalten ernähren. Ja, aber das konnte er im Teil davor nicht. Das ist neu. Oh, und dann wurde er zum Bären. Oh nein. Deshalb der Bär auf der Steepo-Verpackung. So haben wir alle geguckt. Okay, es ist da wohl gut. Er griff an und ich habe mich gewehrt. Das war wohl ein Traum. Deine Gefühle haben dich verwandelt. Meine nordische Mythologie ist leider auch nicht die beste Destiny. Ich gib es zu. Ich lese mich mal ein bisschen ein. Er lädt seine Kräfte. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Oh nein. Alles gut, Atreus. Ja. Du bist ein braver. Es kam über dich. Guter Junge. Er ist guter Junge. Deshalb dürfen wir dein Training nicht abbrechen. Der muss das noch bär perfektionieren. Geht. Sie sind gefährlich. Ohne Disziplin und Kontrolle. Ich weiß genug über Disziplin. Ich brauche mehr als das. Antworten. Antworten, die du nicht hast? Antworten, die nur deine Mutter hatte. Und die sie verschwieg. Scheide, dass ich die Axt nicht habe. Was, wenn uns jemand helfen könnte? Jemand, der unsere Fragen zu den Riesen beantwortet. Der Jog war so gut, dass es ein bravo Mario gab. Ich glaube, er hat einfach viel zu viel Angst. Gratis hat einfach zu viel Angst. Das ist ja gerade, dass das Ding hier an ist. Gehen wir keinerlei Risiken ein. Ja, ja, ja. Nichtst tun ist auch ein Risiko. Hast du mich gelehrt? Hör einmal auf, wie ein Vater zu denken. Denk wie ein General. Nein! Ist das sonst nicht mal andersrum bei Gratis? Er denkt wie ein General und nicht wie ein Vater? Nein. Wie fühlt es sich an, als hätten wir Anschluss bekommen? Von ihm jetzt. Schau auf, pipp! Eine bärige Begegnung. Ein kleiner Teil gesunde Trägenäre sich nach dem Kampf. Aber wir hatten doch hier nichts aufgehoben. In dem Kampffeld. Ich war zu hektisch. Aber okay. Da Trios nach Hause gehen. Erstmal hier Bäume schnitzeln. Baa! Haut auf! Also wir hätten auch drüber glättern können. Aber es ist einfach viel cooler, wenn er diesen Baumstamm mit zwei Schlägen in zwei Teile haut. Nö, das ignorieren wir. Nö, wir ignorieren das. Wir haben hier nichts gesehen. Nö, es ist hier nichts passiert. Habt ihr einen Bären gesehen? Also ich habe keinen Bären gesehen. Ich verabschiede mich für heute auch viel. Was kann mir lieb, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir gute Nacht, Schlaf, gut Römer, schönes. Schön, dass du da warst. Bis dann. Tschüss. Knödelchen. Begleitpfeile. Drücke Viereck. Ja. Um Begleiter angreifen zu lassen. Pfeile bewirken zusätzliche Betäubung und laden mit der Zeit wieder auf. Die einzelne Pfeile steht unten rechts in der Ecke. Die ist da unten, um der Ecke. Seht ihr, wir haben, da ist die Mietzi. Drei Stück. Oh, ich habe ihn runtergeschmissen. Ich habe ihn runtergeworfen. Ich verscheid auch ins Bett. Ufe, ich wünsche dir gute Nacht. Und Stavo auch gute Nacht. Schlaf gut, Römer, schönes. Stavo, nochmal vielen Dank für den Raid. Schön, dass du reingeschaut hast. Was ist mit Fenrir? Als er starb, hast du gezaubert. Nein, habe ich nicht. Aber da war Licht. Gut, schlaf gut, Römer, schönes. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Morgen geht es nämlich weiter. Bis dann, tschüss. Kenne ich auch. Das ist jetzt so, wenn einer die Party verlässt und sich alle anschließen, wisst ihr? Wisst ihr noch, früher ist er Treyos am Rücken geklettert von Kratos. Die Kinder werden so schnell erwachsen. Jetzt klettert er das alleine runter. Ruhe. Oh, ein kleines Beutelchen. Mit geschmiedetem Eisen. Sieht aus wie ein Grab, finde ich. Ist das ein Grab? Da liegt ein Skelett drin, oder? Es ist ein Grab. Wir sind Grabräuber. Wir sind, glaube ich, Grabräuber. Oh, oh. Aber da ist Loot drin. Okay, wenn ich Kisten angreife, werden die auch mit Eisschaden angegriffen. Gut zu wissen. Oh nein, bei mir drüht der Schädel. Ja. Wofür ich möchte weiter in gute Besserung. Schlaf gut, Römer, schönes. Heute sind viele am schwächen. Ich bin entsetzt. Ihr seid es aber auch nicht gewohnt, dass ich, äh, dass ich auch mal mittwochs live bin, ja? Das kommt dazu. Ich war schon immer ein Grabräuber. Oh nein. Wir laufen Atreos nach. Was ist das für Blut? Deins Atreos. Ist das dein Ernst? Das oder du hast dein Beutetier da lang gezerrt. Deshalb ist diese Blutspur. Ich hab mich doch God of Mittwoch. Oh Gott, ja. Das ist auch gut. Geht's dir wieder gut, kleiner Junge? Wir haben noch nicht... Er hat noch nicht Juri gesagt. Kann das sein, dass das kein... kein Ding mehr ist? Vielleicht, dass wir hier irgendwas machen? Er steht so. Er sitzt da. Aber ist egal, oder? Wir sollen jetzt rück. Film Sequenz. Oh oh, Rabe. Oh oh. Juri spielt eindeutig zu viel Pokémon. Was man findet, kann man behalten. Was man fängt. Ja, genau. Was man fängt. War er das? Waren das seine Krattspuren? Oh ja. Was ist passiert? Was ist passiert? Jetzt sagt nicht, er hat das Film angetan. Nee, bestimmt nicht. Oh nein, der hat den Hammerbier getötet. Es war keine Absicht. Absicht spielt keine Rolle. Nur Konsequenzen. Wir sterben viel zu viele Tiere. Was können wir tun? Gar nichts. Die Natur nimmt ihren Lauf. Die sterben. Bärenbabys sind super... Bärenbabys. Ich habe eine Doku mal über Bären geguckt. Und Bärenbabys sind Tiere, die sterben. Ohne ihre Mama. Die wären von anderen Bären gegessen. Atreus hat zwei Bärenbabys auf dem Gewissen. Halten wir das mal fest. Schutz aber reparieren. Dankeschön. Die Rache der Bärenbrüder kommt. Ich muss auch sofort an Bärenbrüder denken. Das ist echt Bärenbrüder-Wibes. Die Entwickler haben ja angegeben, dass sie lange keinen Namen für Atreus hatten. Aber Atreus heißt im Anfang schon Atreus. Er wird nur immer Boy genannt. Nie ist da. Ich weiß, die ganze Zeit nur gladisch. Hat der die gleiche Stimme? Ist das der gleiche Synchronspinn? Ja, wir haben den grad geköpft. Ziel erledigt, sehr schön. Wo ist der Letzte? Da oben. Und da auch noch? Da ist noch jemand? Da ist noch jemand. Quick-Time. Moment, ich fokussiere mich hier gerade auf Gegner. Okay. Ich glaube, Quick-Time-Events kamen jetzt neu dazu, oder? Ja, sehr schön. Und... Piu! Piu! Nie ist da. Ganz schön viele. Hm. So ging es schon die ganze Nacht. Da war was Grünes bei den Bären, aber Grün ist meistens Leben. Wir können noch mal kurz zu den Bären gucken. Aber ich glaube, da war einfach nur Leben. Ja, das ist, glaube ich, Leben. Ja. Könnte es auch gar nicht mehr aufnehmen. Aber gut gesehen. Ich hab's nicht gesehen. War Leben. Wir sind schon voll. Ich mach das hier nämlich nicht schlecht. Ich mach das hier nicht verkehrt, will ich hier anmerken. Ich bin noch nicht gestorben. Deathcounter noch nicht existent. Manchmal wünschte ich, Tiers Tempel wäre heil. Dann könnten wir weg aus Midgard. Stimmt. Es heißt, Fimbulwinter betrifft alle Welten. Junge. Gut, aber wie könnte es noch schlimmer sein als hier? Aber danke, Pia, nochmal für den Hinweis. Atreos hat diese Schutzzauber mal erneuert. Ich erinnere mich. Der ist stark. Ich bin echt gespannt, was passiert. Anderen Dogos geht's noch gut? Die leben noch. Hey, Svatna. Du hast keine Angst. Tapferes Mädchen. So ein braver Doggo. Halleluja, sie braucht das. Ich hab den Bären besiegt. Da bin ich schon mal happy. Das hätte böse enden können. Aber ich bin nicht gut im Blocken. Das wird mir später noch sehr auf die Schnauze fallen. Auf die Schnauze? Das wird mir... Ich werd Probleme haben. Braves Mädchen. Andering so stolz. Ja, genau. Bravo, Louis. Go, go, go. Brave Doggos. Okay, wie das heißt, wir können jetzt wieder ins Betti? Er schaut nach seinen Dokus. Mann, Kratos. Kratos hatte bestimmt nie ein Haustier. Anders kann ich mir das nicht erklären. Der hatte nie ein Haustier. Für einen Abend war das viel zu ereignisreich. Auch wenn ich zugeben muss, dass es dort kurzer Wissen in alten Zeiten war. Bin gespannt, was er wieder für Geschichten erzählt. Ein doch nie zuvor betretenes Stück Wald. Du hast uns lange nicht begleitet, wenn du das meinst. Ich frag mich, ob er seine andere Waffe auch bald wird. Wie kannst du müde sein, wenn du nicht schläfst? Seine Putzenpuller nun ab ins Bett. Jetzt geht nochmal jeder aufs Klo und dann gehen wir halt schlafen, ne? Atreus, schlafen. Wo schläft Atreus? Schlafen die in einem Betti? Haben die ein Betti zusammen? Die haben ein Betti zusammen. Ach, süß. Oder schläft er da oben? Ach, da oben. Oh, ich glaube, er schläft da oben. Oh, wie süß. Das ist schick. Als Kind, megacool. Morgen geht's uns bestimmt allen besser. Ach, das ist sein Bett. Oh, ich dachte, da geht's hoch. Oh, jetzt bin ich sad. Ich dachte, er hat oben so eine kleine Maisonett-Schlafzimmer. Wer liest die Geschichte vor? Mimir liest Geschichte vor. Oh, oh. Was ist mit... Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Oh Gott, rettet die Dogos. Rettet die Dogos. Oh, oh. Vom Tor? Ein Batman. Oh, er hat den Hammer. Oh, oh. Wenn ich jetzt kämpfen muss, sterbe ich. Das ist ja wie in Bayern. Ich habe Bier. Wir finden sicher viele Gesprächsthemen. Oh, Adresse soll rein. Okay. Oh, ist der groß. Oh, Grat, das ist schon echt groß. Aber es sieht Gratos aus wie so ein ganz kleiner Stumpel. Oh, oh nein. Ach, das sind seine zwei Raben. Nee, warte. Die Raben sind von Odin, oder? Ja. Spannung. Der ist sicher 1,90. Ich glaube, der ist größer als... Ich glaube, Rathos ist schon zwei Meter. Ich glaube, er ist noch größer. Die Raben hat aber Odin. Ja, genau. Hugin und Hugin. Deshalb wundert es mich gerade, weil die Raben da mitgeflogen sind. Oder ist das da mit der... Waffe auf den Tisch? Waffenvergleich. Warte, Waffenvergleich. Gratos hatte die längere Waffe. Erstmal Wett trinken. Oh nein. Oh, Quicktime-Events incoming. Aber der Rabe hat schon so ein leuchtendes Auge im Eck. Thor ist ganz schön rot geworden. Ich glaube auch, Marvel hat Thor nur so... Sixpack-mäßig gemacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass die... eher so aussahen. Das hättest du mir eher sagen können. Erotisch. Warum bist du hier? Ich bin nur höflich. Es ist höflich. Er hat dringend mitgebracht. Es ist sehr höflich. Das gebe ich zu. Oh, ist sehr schön. Er fliegt doch davon. Du scheinst eine ruhige, vernünftige Person zu sein. Bist du? Ist Gratos eine ruhige Person? Eine ruhige, vernünftige Person? Er daubt. Wenn der Moment nach Ruhe verlangt. Ich würde sagen, dass er das tut. Wir haben geschlossen. Sag das mal der griechischen Götter, wie gesagt. Stimmt. Es gibt keinen mehr. Passwort. Passwort. Oh, wer ist das? Oh, die... Shit is about to get real, Leute. Ich glaube, wir wissen jetzt alle besser, mit wem wir es zu tun haben. Also, was du mit seinen Jungs gemacht hast. Selbstverteidigung. Fürs Sterben leben, wir Erasen. Und sind wir ehrlich, sie waren recht nutzlos. Sind sie noch nett? Oh, der war auch cool. Ich mochte das Charakter-Design von Baldur. Ja, das ist nicht so gut gelaufen, ne? Du trägst deine Schuld. Nein. Das ist eine ernste Sache. Was willst du? Oh, oh. Den Jungen. Oh, er will Adreus. 100 Pro. Vielleicht Frieden? Oh. Ende. Wie klingt Frieden für unseren geschätzten Kriegsgott im Ruhestand? Was, wenn wir uns nicht mehr töten? Das wäre ein guter Deal. Wenn du zu Hause bleibst, dich ausruhst, such keinen Streit mit mir. Dann habe ich keinen mit dir. Vernünftig. Natürlich heißt das, dass er damit aufhören muss, nach Tier zu suchen. Ja. Wir wissen, was du so treibst. Schluss damit. Tieres alte Welt ist tot. Er ist tot. Verstanden? Und das war's. Wir sind quitt. Die Weltenschlange ist cool, ja. Ihr dürft den Gefangenen behalten. Den ihr gestohlen habt. Wir haben wen gestohlen? Jawohl. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Ach, Mimi. Warum sollten wir dir glauben? Was waren deine Versprechen je wert? Sie haben in mir versteckt. Mein alter Komplitze. Oh. Er hat abgenommen. Wenn er sagt, Schnee sei weiß, dann lügt er. Aber Schnee. Außer gelber Schnee. Fehlt dem klügsten lebenden Kopf hier etwa die Weitsicht? Ich mag Freya. Freya ist super cool. Ich bin bei dir, Mario. Ich bin bei dir. Wie wär's mit diesem Angebot? Ich begleiche deine Schuld bei meiner Ex. Halte Freya von der Ferse. Ich glaub, das will er eh. Und dein Junge ist sicher. Hm. Sieht aus wie der von Far Cry. Ein bisschen. Wie war's? Nein. Wie nein, Kratos? Nein, wir machen das nicht so? Oder nein, wir sind dabei? Oh, nein. Mach es kurz. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Kann mein Hammer das auch? Kann ich mit dem jetzt fliegen? Oh, Gott. Das will. Du brichst mich von dir. Ich hab schon am Blut. Das heißt, ich bekomme. Ein Stück von dir für das, was du meiner Familie nahmst. Das lernst du noch. Oh, Gott. Ich frag mich, ob er Treyos halt mitnimmt. Versuch, den Hammer zu werfen, was findest raus. Oh, nein. Das war für Balder. Und jetzt zeig mir das. Götter Mörder, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich hab keine Axt. Ich hab keine Axt. Und ich hab schon wieder den falschen Ausweich-Button geklickt. Oder nicht? Hahaha. Egal. Deine Zurückhaltung ist verleidigend. Wie konntest du jemals Kriegsgott sein? Vielleicht sollte ich das, äh... Vielleicht sollte ich das gelbe Zeug jetzt mal probieren. Oh, ich kann's einfach nicht. Ist zu mir leid. Oh, oh. Er hat seinen Hammer rausgeholt. Hau drauf, Kathos. Hau drauf. Oh, gottes Willen. Guys. Möspartasgeschichte. Come to me, Axt. Come to me. Oh Oh Sorry Hau, hau drauf, Kratos, hau drauf Tut mir leid wegen der Statue, Tier, du alter Moralprediger Wir haben einen Stein auf ihn Nimm das Tor Wenn du nicht schmutzig kämpfst, kämpfst du nicht Das war der falsche Button Wieder Ich bin aber überlegen, es umzulegen Ich bin aber überlegen, echt das umzulegen Weil, äh Oh, oh Warte Oh, oh Da war ein Lebensding, fuck Das hat meine Jungs nicht mit Zeig mir wer du bist Okay Das ist der Gott, der aus dem Krankheit deine Götterwelt ausgelöscht hat Ah, shit Oh, komm schon Ich wollte es werfen Ich wollte es werfen Oh, shit Wartet Hier war doch irgendwo was, ja Nein Oh, oh Das gibt es nicht Ich schlag mich grad nicht so gut, es tut mir leid Sind meine Söhne gut, als du verdammtes Glück hattest Oh Hau drauf Oh, fuck Oh, Gott Da war schon wieder ein Quicktime-Event Oh, ich habe auf den Check geguckt Ich hatte Glück, der Gewitz Ich glaube, das war nicht gut Ich glaube, ich bin gestorben Oh, nein Ich sage, wann wir fertig sind Ich Oh, secret type Oh, Gott, ich bin nicht gestorben? Er hat ihn revivet Wenn ich dein echtes Ich sehe Gottes of Fail Ich bin die Elden Queen des Fails Das bin ich Schnell, schnell, schnell Uh Das ist der Mann, der Walküren Königin Siegrun entgegentragen Das ist der fremde Gott, der bei der Verliegte Oder sie haben jetzt was reingemacht, das sich nicht mehr getreffen wird Sorry Sorry Der Dinosaur Dinosaurier TV Oh, danke schön Für den Raid Wir sind Ihr seid Ihr kommt hier grad mitten im Kampf Was Der Tor steht auf Schläge Ich habe auch Der Mordi Oh Er war dir egal Selbst dem Tod Was sagst du da? Mordi kam aus Furcht vor dir zu uns Gewaltstream Ja, ist ein Gewaltstream Die Dinosaurier TV Oh, danke schön für den Raid Danke schön Danke schön Was gab es denn bei euch? Ich habe dir Overwatch 2 gespielt Stark Was? Einen wunderschönen Hikomori Haku Oh, oh Dein vaterlicher Rat geht mir Marschkörper Ich will in Gottes Kriege sein Du hast das bekommen Ich beende es Wir spielen hier God of War Wir sind hier mitten in einem Das Ding Kriegsgott war Ich verließe es Wir sind hier grad im Kampf gegen Thor Da wäre ein Leben Da wäre ein Leben Ich habe das Leben entdeckt Da ist noch Leben Leben Ich begrüße euch gleich alle Leute Ihr kommt jetzt genau in dem Moment wo der gegen mich hier kämpft Und ich bin vorhin schon halb gestorben Deshalb muss ich mir hier nur kurz Oh Gott, oh Gott, oh Gott Fokussieren Ah Zeitraun ist zwar so progerlich Hello El Hunyo Ich hoffe ich habe es richtig auch Ja, natürlich daneben gestorben Habe ich daneben? Jetzt habe ich in den Chick geguckt Hahahaha Hup Sorry, Leute Ja, versuchen wir vorher Oh, oh Ah, ich habe wieder den falschen Button geklickt Oh, es ist so Es ist so tödlich Ich habe Elden Ring ganz viel gespielt Und da war Ausweichen auf Kreis Und hier ist Ausweichen auf einem anderen Button Und ich habe jetzt schon so oft falsch geklickt Schon so oft, weil ich im Kopf habe, dass ich den anderen Button klicken muss Ich habe es wieder gemacht Es ist Reflex, es ist wirklich Reflex Nein, ich wollte God Mode God Mode God Mode Oh Gott sei Dank Oh nein, ich bin jetzt bestimmt in so einer Movie Sequenz Oh Ich komme gleich zu euch Ich kann hier nur gerade nicht pausieren Das ist ganz schlimm Ich kann hier nur gerade nicht pausieren Es tut mir echt leid Okorunjan Sack Verlöchen Hallo Herzlich Willkommen Wartet kurz Ich hoffe, ich habe euch alle begrüßt, die neu dazu kamen Ich stelle mich gleich vor Wenn ein bisschen Ruhe hier drin ist Dann können wir das auch besser genießen Und die, wie du meine Geschöngungen habt Da ist der Gott des Krieges Deine Blutschuld ist bitter Wir spielen das neue God of War Für alle, die es noch nicht so mitbekommen haben Oh oh Jetzt ist er weggeflogen Und hat uns hier in nirgendwo zurückgelassen Ob mein Hammer das auch kann Oh, da ist Brock Das sind die Schmiede aus Teil 1 Nach Hause Jetzt Odin ist bei Atreus Uh Sehr schön Ok Ich switch hier kurz rüber Ich begrüße euch schnell Hallo Odin ist auch hier Vielen lieben Dank für den Raid Super süß Ganz wie Dino Liebe an euch Ich bin die Louis Schön, dass ihr alle bei mir reinschaut Wir spielen heute God of War Auf der Playstation 5 Genau Ich bin ein riesen God of War Fan Von dem Vorgänger Auf jeden Fall gewesen Die anderen drei Originalteile Hab ich tatsächlich nie gespielt Ich hatte keine Playstation In der Zeit Hab ich aber zugeguckt Genau Und jetzt spielen wir auf jeden Fall Den Nachfolger Ragnarök Ansonsten gibt's bei mir auf dem Kanal Eigentlich ganz viel Nintendo Content Ich freu mich nächste Woche Sehr auf Pokémon Aber jetzt erstmal Ein bisschen God of War Action Und deshalb auch ein bisschen In God of War Stil Jetzt seh ich aus Wie ein Pixel Kratos So, ich kuschel mich mal ins Bettchen Viel Spaß Vielen lieben Dank Für den Raid Dinosaurer Vielen lieben Dank Und jetzt hoffentlich hab ich Huch Hab ich das irgendwie Doch abholen können Mit dem Raid Und ich seh grad es ist eh schon Superspät Ich überleg ob wir jetzt eh Einen Cut hier machen Ist hier nochmal Leben irgendwo Da wir nochmal leben Ja So Hikikomori Ich hoffe ich hab's richtig ausgesprochen Ansonsten einfach Wahrscheinlich nur Haku Vielen lieben Dank Für den Follow Ich schließe mich an Gute Nacht Gute Nacht Waffel Schlaf gut So, ich würde sagen Wir stoppen an der Stelle, oder? Louis will etwas cutten Was heißt hier cutten? Wir müssen ja jetzt nur zurück Ich kann jetzt hier noch hochlaufen Wenn ihr wollt Damit wir gucken Was da oben ist Wir haben neue Freunde Ist dieser Mjölnir nicht imposant? Du weißt, dass wir den Hammer geschmiert haben Oder? Das hast du erwähnt Das weiß ich Ich wusste nur nicht Ob du zuhörst Siehst du Ich wusste sie gefällt dir Ganz viel Dino Dino Liebe hier Das ist ja wohl klar Ging ist ja schließlich Ganz viel Dino Power Wir öffnen noch die Tür I wear my sunglasses in I wear my sunglasses in the snow storm Dir nur Liebe für euch alle So So kommen wir nach Hause Eine Tür Noch eine Tür Ich würde sagen Das ist ein guter Punkt. Oh, jetzt haben wir zwei Meter spät. Sicher ist sicher.